Wollen Sie wissen, was eigentlich das Geheimnis von C-Secret das Geheimnis ist? Sie hat für mächtig Furore gesorgt, die DVD C-Secret. Auch ich habe mir diesen Film mehrmals intensiv und mit Begeisterung angesehen. Die Tonspur habe ich mir sogar noch öfter während meiner Arbeit im Hintergrund laufen lassen. Doch eine Frage blieb für mich nach wie vor offen. Welche Techniken stecken eigentlich hinter diesem Geheimnis, dem Geheimnis von C-Secret? Doch noch während ich mich das fragte, hatte ich das Geheimnis doch schon längst gefunden. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Ihnen heute etwas über Ihr wichtigstes Werkzeug erzählen, das Sie selber schon besitzen. Haben Sie mal den Wahlkampf von Barack Obama verfolgt, dem jetzigen aktuellen US-Präsidenten? In seinen Reden griff er wichtige Themen auf. Klar, dass jedes dieser Probleme sollte aus der Welt geschafft werden. Nur, wie das geschehen soll, darüber erfuhr der Wähler während und nach dem Wahlkampf nichts. Absolut kein Wort. Genauso ging es mir mit der DVD, C-Secret. Jeder Beitrag dieser packenden Dokumentation verspricht Erfolg. Aber wie dieser Erfolg konkret erreicht werden soll, das bleibt für den Zuschauer vorläufig ein Secret. Ein Geheimnis also. Eine richtige Lösung stellt die DVD zwar in Aussicht, aber sie bietet diese Lösung nicht direkt an. Und das hat mich wieder auf den Plan gerufen. Denn ich wollte unbedingt in den Besitz der Geheimformel kommen, die mir versprochen wurde. Ich wollte wissen, wie die Erfolgsphilosophie hinter C-Secret aussieht und wie sie funktioniert. Dieses Geheimnis habe ich gelüftet. Allerdings vor Jahren schon, ohne es mir bewusst zu sein. Zu einer Zeit, da noch niemand von C-Secret schwärmte, stellte ich dieses Wissen meinen Mitmenschen bereits zur Verfügung. In meinem Buch Mental Force, geistige Kräfte. Dort finden sie alles, was sie wissen müssen, um jene geistigen Kräfte anwenden zu können, die bis jetzt noch ungenutzt in ihnen brach liegen. So wie C-Secret es nachmacht. Achtung, kein Spaß. Mit diesem Wissen aus Mental Force gelangen sie in den Besitz einer mentalen Geheimwaffe. Und das Grandiose daran ist, sie erkennen genau, wie auch sie die Kenntnisse optimal für sich einsetzen können, die das geistige Fundament von C-Secret bilden. Formulieren sie ab jetzt einfach frank und frei jeden ihrer Wünsche. Schon wird man ihnen erfüllen. Denn diese Technik, die ihnen in Mental Force vorgestellt wird, ist jederzeit überall sofort einsetzbar. Dafür gibt es vielfältige Beweise. Es ist fantastisch. Beobachten Sie, was um Sie herum sich dann verändert. Wie gesagt, Mental Force ist im positivsten Sinne das, was man eine persönliche mentale Geheimwaffe nennt. Sie arbeitet im Verborgenen, aber dennoch hocheffektiv. Wenn Sie Mental Force für sich entdeckt haben, halten Sie damit gleichzeitig die Formel für C-Secret in der Hand. Setzen Sie diese Formel einfach für sich und Ihre Ziele ein. Voll und ganz zu Ihrem persönlichen Nutzen. Wollen auch Sie Ihre geheimen Wünsche erfüllen? Und wollen Sie damit noch heute anfangen? Dann laden Sie sich jetzt von der Erfolgspassage Mental Force im Paketset, E-Book und die Tools, die der gebundenen Ausgabe als CD-ROM beiliegen, sofort herunter. Schon nach kurzer Zeit werden Sie Ihre Gedanken und Handlungen besser steuern können und Ihren Mitmenschen himmelsweit überlegen sein. Sagen Sie sich jetzt, ja, ich will mit Mental Force meine geistigen Kräfte entdecken, freisetzen und anwenden. Weitere kostenlose Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Wenn Du ein glückliches Leben willst, verbinde es mit einem Ziel, nicht aber mit Menschen und Dingen, sagte schon Albert Einstein. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Bis bald. So, ich sage es. Vielen Dank.